Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Date by Daylight in der Krotus Brennanstalt mit der Seuche. Das erste was man hier tun sollte ist wirklich alle Ausgänge aufmachen die es hier gibt. Und dann kann es los. Oh, da hinten läuft da schon jemand. Ja, ich hab dich gesehen. Ah, da ist noch einer. Oh, das ist eine andere. Halb angekreuzt ist schon fast zurückgesetzt. Ah, hartem Nehmen. Da auffall ich nicht immer rein. Na, dich hab ich aber auch gesehen. Hallo Maurice. Und danke, dass du mich zu diesem Totem geführt hast. So, den kotzen wir aber direkt mal an. Jawoll. Ah, da ist doch wieder jemand. Ja, da ist doch noch nichts. Ich wege die Hände. Ich wege die Hände. Ich bin aber zu tun. Schade, ist jetzt gleich schon wieder vorbei. Ja, du lachst mit mir auch überall hin. So, aber jetzt nicht mehr. Die haben immer noch keinen Generator gemacht. Das ist echt merkwürdig. Aber wahrscheinlich macht es jetzt gleich bling, bling, bling. Ja, jetzt hab ich gesagt. So, wo ist der gute Adam hin? Wie muss ich erinnern? Ja. Ha. Mir war doch so, dass es da nicht viele Versteckmöglichkeiten war. Ja. 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 Ahh ja. Und wieder zurück. Jawabtisch. Wo, gegen Elend? Dat kenne ich. So, da ich ja nicht völlig gemein bin, gehe ich jetzt hier einfach mal weg. Was war oben der? Okay, es gibt nur noch diesen. So, ich gehe doch extra jetzt auch weg. Der eine habe ich getroffen. Die Palette da rechts war weg. Ich hatte gehofft, dass das klappt. So, und weil es so schön ist, kommst du in den Keller. Oh. Oh. Das nehmen wir mal. Da fummeln sie da hinten wieder dran rum. Hm. Sie sind alle hinterher gewesen. Oh Gott. Hm? Was ist das jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Ast Philosophers. Okay, Keita. Dann komm ich dir hinterher. Ach, was hat sie denn? Na komm, den schluck da nicht mehr, ne? Oh, kröne Knüse. Daneben. So, komm ich da, dran gehen, jawohl. Oh, kröne Knüse. Okay. Oh. Kann ich noch mal kotzen? Oh, ich bin jetzt da. Ja, Kapitel. Und das ist es wieder. Ja, ich bin zum Kotzen, ich weiß. So. Ah, die Luke kriege ich jetzt nicht mehr. Aber dagegen kriege ich noch für die Probleme. Jawohl. Ja, erbarmungsloser Killer, so mag ich das. Ich glaube, ich habe zwei grüne Glyphen gehabt. Ja. Ja, zwei habe ich. Jäger 10.000, Klassenfortschritt plus zwei. So muss es sein. Bin ich Silber eins, Fortschritt eins. Ja. Ja, was hatte ich dabei? Natürlich. Lichtgebobener wiegenliederjägerin. Und korrupte Intervention und stringendes Zittern. Also wenn die Generatoren zugehen, dann gehen sie zu. Ja, wir sind wieder beim Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da. Oder beides. Und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Video auch begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.